Pension gegangen, es waren wirklich sehr treue Seelen damit, wirklich aus wo es in der Kopf kommt und ich habe noch weiter hin. Es ist einerseits die Igna Martina und auch die Loi Brimoni. Das ist auch ein Grund, warum der Michi immer mitfällt. Nein, die fahren trotzdem nicht, fahren wir jetzt mit den Bayernern, die ja mit den Klognitzer Bayernern laufen, weil ich gerade mit dabei sein, die Klognitzer. Ja, bitte. Nein, nur als Funktionärinepension meine ich. Gemeinde, Poharen und so weiter und Martina, geht es noch weiter. Eine Gemeinde, Poharen, Stellvertreterin. Gemeinde, Poharen und Sanolia Wultenblieb, Dani Partier. Eine Gemeinde, Poharen, Stellvertreterin. Pfarrer Grafenbach und Wienpassing und die Dreitler Lisi. Mit neuen Tippungen. Auch eine treue Seelen über die Schulaktionstage. Dann kommen Adolf Klognitz zu den Ortsbeierinnen. Johanna Assinger, Klognitzschott Wien-Elsenreif. Dann die Miriam Wolle. Grafenbach-Wienpassing. Marianne Dorfstetter. Grafenbach und Wienpassing. Brigitte Gäitzler. Reichenau-Bayerbach-Reitenstein. Claudia Wodl. Auch aus Dorf. Und Minister Absperger. Na, die sind da alle gekommen. Die gehören, wie gesagt, die Grüge gehören alle da in der Bezirksbeierin. Die Experinativos. Lachen. Lachen.